Über 500.000 Menschen waren am 22. Juli in Berlin unterwegs, um sich die Demonstration des 45. CSD anzuschauen. Schwule, Lesben, Transsexuelle und Transgender, Inter- und Bisexuelle Menschen gehen an diesem Tag auf die Straße, um für ihre Rechte zu demonstrieren. Der Demonstrationszug führte auch in diesem Jahr wieder von Kreuzberg über Schöneberg zum Brandenburger Tor. Lasst euch also von den Bildern verzaubern und genießt die Lebensfreude der Menschen am Tag des CSD 2023 in Berlin. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020